Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen zur Pressekonferenz Präsentation des Programms zur Airbauer 2022. Wir beginnen still echt mit einem Solo-Display eines Eurofighter, der demnächst starten wird. Danach wird die Pressekonferenz hier stattfinden mit den angekündigten Damen und Herren und danach werden wir auch ein Solo-Display der Flying Pulse erleben dürfen. Es wird die Möglichkeit geben, dass Sie im Anschluss an diese Vorführung auch noch Interviews bekommen durch die anwesenden Entscheidungsträger. Die Moderation der Vorführung mit dem Eurofighter wird der Herr Oberst Roland Midler in bewährter Weise übernehmen. Roland, bitte kommst du mal gleich zu mir. Roland Midler, bekannt, vor allem seine Stimme. Viele Jahre haben wir miteinander Airbauer gebowert. Du warst lange Jahre Moderator und Platzsprecher. Du bist uns schon sehr ans Herz gewachsen, gehst zur Marke Airbauer eigentlich dazu und wirst jetzt für uns diesen Part mit den Eurofighter kommentieren. Bitte dann. Ja, ich glaube Sie auch hier sehr begrüßen. Sehr gerne. Ich darf uns nach vorne bewegen, in Richtung Hochschule, ich glaube, dass du das mitgehört. Schauen wir nach vorne, dass wir hautnahe geschehen sind. Wir werden uns jetzt kurzfristig einstimmen auf die Airbauer, die ja in ein paar Wochen wird es ja stattfinden hier in Zeltweg in der wunderschönen Steiermark. Gemeinsam als Partnerschaftsorganisation mit dem Land Steiermark und mit Red Bull. Und wir sehen gerade den Eurofighter, der sich zu seinem Solo-Display bereit macht. Er rollt gerade raus. Die Startvorbereitungen werden dann in Kürze durchgeführt. Also den Flieger hat der Pilot bereits am Morgen übernommen. Die letzten Checks wurden durchgeführt im Verbund mit der Technik. Ich sage immer, wir sind hier eine große Familie, wo eine Hand die andere gibt natürlich. Und man muss sich auch drauf verlassen. Wir sind also ein geschworenes Team. Und es geht auch sehr in die Tiefe in den Eurofighter. Also ein Flieger der vierten Generation mit modernster Elektronik an Bord. Sogenannter Swing-Roll-Funktion. Also er kann auch nicht nur am Boden seine Rolle wechseln, sondern auch noch in der Luft, was also sehr außergewöhnlich ist. Das kann dieser Eurofighter. Bedarf auch dementsprechender Vorbereitung und Planung mit einem sogenannten Mission-Support-System, wo der Pilot schon im Vorfeld seine Mission, seine Daten eingeben kann, um den Flieger auf seine Vorgaben vorzubereiten. Der Flieger weiß dann schon im Vorfeld, wo fliegen wir heute hin, in welchen Luftraum geht es, welche Übung wird stattfinden und was ist dort zu erwarten. Rolle vielleicht ein paar technische Daten noch dazu für den Eurofighter. Was macht ihn so überlegen? Ja, vor allem seine Leistungsfähigkeit des Eurofighter. Wie schon gesagt, modernste Generation. Delta-Flügelprofil, ein sehr schnelles Profil, sehr wendiges Flugzeug. Wurde sehr sensibel ausgelegt, also mit einem vierfachen Fly-by-Wire-System. Also er wird mit Bits und Bytes kontrolliert. Der Pilot gibt quasi seinen Wunsch ein und der Flieger reagiert dann darauf. Er rechnet im Hintergrund, wie schwer sind wir, wie schnell sind wir, wie hoch sind wir. Und da gibt er die maximalen Belastungen frei. Und die sind in der Regel bis zu 9G. Also der Pilot wird im Cockpit neunmal so schwer mit Anziehungskraft wie am Boden. Also wo wir jetzt 1G haben und recht entspannt am Boden stehen. Aber das ist dann wirklich Schwerarbeit und harte Arbeit für den Piloten dann im Cockpit. Und wir werden es dann sehen bei den Manövern. Ich werde dann auch darauf hinweisen, wo diese hohen G-Kräfte dann aufscheinen, wie er dann schwer dagegen arbeiten muss. Ja, mir erinnern uns, seit seiner Zeit sind die ja auch Traken stationiert gewesen. Wir haben damals erlebt, dass allein so ein Landevorgang sehr kompliziert war. Dass man irgendwo bei Bruck an der Mur herunterzählen musste, diesen Flieger. Die Schnauze aufgestellt und er hat müssen blind landen. Eine schwierige Sache damals. Was hat sich da geändert? Ja, das war natürlich ein Quantensprung. Also wenn ich es salopp sagen darf, das war quasi Kochen mit offenem Feuer zur Mikrowelle. Dieser Quantensprung, den wir also alle kennen, sage ich jetzt einmal von dem her. Es wird die Arbeit sehr leichter im Cockpit durch die modernste Elektronik natürlich. Aber auch durch die Datenvielfalt. Die Flieger kommunizieren untereinander. Nicht nur die Flieger, sondern auch mit der Luftraumüberwachungszentrale in St. Johannibongau wird kommuniziert. Und da passiert auch dieser Luftlage Austausch. Somit ist der Pilot, auch wenn er nur passiv unterwegs ist oder ohne Radarabstrahlung, kann er Daten aufnehmen und seine Sensorik dahingehend abstimmen. Okay, Traking werden wir auch sehen. Kommt der letzte flugfähige Traking, aber dazu später. Ja, und jetzt beginnt es soeben. Ich darf auch die Damen und Herren am Livestream begrüßen. Recht herzlich willkommen hier in Zeltweg. Wir sehen gerade, wie er abhebt, Spiegelbeter, Einsatzpilot, hier in Zeltweg, in der Eurofighter Staffel, ein sogenannter Reheat-Start. Er hat also den Nachbrenner gezündet. Und auch wir sehen, dass er hier so senkrecht starten kann. Ungefähr das Gewicht heute 16 Tonnen, die hier bewegt werden. Die Leistung ungefähr 100.000 PS, die also 16 Tonnen durch die Luft bewegen. Dementsprechend können auch diese Manöver ausgeführt werden. Und Sie werden sehen, wie eng der Radius ist bei den Manövern, diese Wendigkeit dieses Flugzeug. Wenn man das früher vergleicht mit einem Subtraken, herkömmlicher erster, zweiter Generation, da sind andere Wege dann zu bewältigen. Ja, man hat immer gesagt, der Flieger kann in Österreich gar nicht umdrehen. Tirol ist ja sehr schmal. Also mit dem Aurafighter kann man drei, viermal auf diesem Invental umdrehen, sagen wir von da her, aufgrund dieser Wendigkeit. Und man ist auch sehr schnell draußen. Also man kann die Luft von Österreich sehr gut überwachen. Der Flieger geht bis zu über zweifacher Schallgeschwindigkeit. Also man ist wirklich sehr schnell auch an der Westgrenze, beziehungsweise der Ostgrenze oder an der Nordgrenze oder Südgrenze im österreichischen Luftraum und kann also hier sehr schnell reagieren im Rahmen der Luftraumüberwachung. Das schaut nach Luftkampfmanöver aus. Ja, hier werden natürlich Manöver bezeichnet. Fähigkeiten, die man im Luftkampf braucht. Die werden nicht nur in der Grund- und Fortgeschittenen-Entschulung über Kopfmanöver durchgeführt, sondern diese Manöver braucht man auch tatsächlich, um im Luftkampf bestehen zu können, weil sich nicht nur der Kampf auf große Entfernung, sondern auch auf nahe Entfernung, sogenannte Dogwag, bewegt. Und da braucht man eben diese Wendigkeit das Flugzeug. Und wir werden auch sehen, wie der Kürz wieder dann vorbeikommt in einem Rückenflug mit einem Manöver, wo er dann negativ wegdrücken wird. Das ist ein unangenehmes Manöver für den Piloten, weil dann, man ist immer bedacht, im Flugzeug positive Belastungen aufzubauen, damit das Blut vom Kopf in die Beine absackt, aber nicht umgekehrt, weil dann der Augendruck sehr hoch steigt und es so einem sogenannten Rideout kommt und das würde also sehr ungeneim sein. Er kommt jetzt aus Richtung Westen auf uns wieder zu, winkt uns zu quasi, ja, grüßt uns aus der Luft. Ja, er kann uns auch sehr gut sehen, auch bei der Airborne ist auch für den Piloten dann ein einzigartiges Ereignis. Wenn hier also dann an den beiden Tagen jeweils 150.000, in Summe 300.000 Zuschauer erwartet oder kommen werden, weil normalerweise unser Geschäft hoch über den Wolken bis zu 15, 16 Kilometer im Luftraum über Österreich stattfindet und das unter Ausschluss der Öffentlichkeit quasi. Und darum ist es dann für den Piloten auch etwas Besonderes, seine Demonstration also hier direkt vorführen zu können. Wir sehen sehr schnell die Rollrate, hier zum Beispiel ein Max-Performance-Turn, also hier wieder bis zu 7, 9 G in den Sitz gedrückt. Immer nach 90 Grad führt er eine Rolle durch, also sehr wendig das Flugzeug. Mindestflugführe sind 100 Meter über Grund, internationale Regularien, die hier hingehalten werden, auch der Abstand zu den Zusehern, dementsprechend wird natürlich auch bei der Airborne eingehalten, um hier allen Sicherheitsregularen zu entsprechen. Nachdem er also hier sein Manöver am engen Radius durchgeführt hat, wird er jetzt einen Aufschwung durchführen, Richtung Nordwesten dann wegdrehen und dann aus Richtung Nordwesten in einem Rückenflug, wo also bis zu minus 3 G auftreten, wie schon gesagt, das Blut schießt ihm dann in den Kopf, er muss dagegen ankämpfen. Der Pilot trägt, um positive G-Belastungen aushalten zu können, um in diese 9 G aushalten zu können, einen speziellen Anzug, einen sogenannten Anti-G-Anzug, der also auch über den Bauch, in den Beinbereich bis zur Wade mit Luft gefüllt ist dann bei hoher Belastung und hier das Abfließen des Blutes in die unteren Extremitäten verhindern soll. Wie gesagt, es ist Schwerarbeit für den Piloten im Flugzeug, sehr mit Leidenschaft gezogen, natürlich auch der ganze Rückenapparat, das Rückgrat, der Nackenbereich, die Wirbelsäule, die Bandscheiben werden also hier sehr gefordert. Hier dieses angesprochene Manöver, jetzt sieht er auf uns herab, wir können ihm zuwinken, er sieht uns, drückt kurz weg, geht in die normale Rückenfluglage, etwas angenehmer wie in einer Kurve, drückt noch einmal hoch, auch bis zu minus 3 G, rollt dann wieder auf und jetzt kommt die kurze Phase wieder der Entspannung, bis er sich für das nächste Manöver vorbereitet. Wie gesagt, alles Manöver, die also in der Grundfortgeschrittenen und auch bei Luftkampfmanöver natürlich durchgeführt werden, wir befinden uns hier genau auf der Ebron 5, wo also die Flieger- und Fliegerabwehrtruppenschule beheimatet ist, mit dem Institut Flieger, wo also diese Grundausbildung stattfindet. Wir haben soeben auch die letzte Selektion für heuer abgeschlossen, die also dann mit der PC7 dann ihre Schulung beginnen. In weiterer Phase dann geht es nach Lecce, Italien für die Phase 3 und für die Phase 4 Ausbildung, beziehungsweise auf dem Hubschrauber, wo wir auch gerade dabei sind. Wir haben den ersten Kurs bereits seit Juni laufen in Italien auf die AW169, was für uns ein großer Gewinn ist, ja, moderne Technologie, modernes Gerät, was für ein breites Spektrum eingesetzt werden kann. Und da sind wir sehr froh, dass dieses Gerät auch beschafft wurde und den Zulauf in Österreich finden wird. Ja, nach dem Slow-Flight, den wir soeben gesehen haben mit Fahrwerk draußen, hat er wieder den Nachbrenner gezündet, steigt wieder hoch. Und in Kürze zeigt auch, dass er nicht nur langsam fliegen kann. Also langsam heißt ungefähr 110 Knoten, das sind rund 200 kmh. Das ist für einen Flieger dieser Generation auch außergewöhnlich, weil ältere Profile, sei es Subtraken, MiG-21, diese Generationen, die könnten in diesem Geschwindigkeitsbereich nicht mehr fliegen. Aufgrund der modernsten Elektronik kann das der Eurofighter. Und jetzt zeigt er uns aus Richtung Südwesten wiederkommend einen schnellen Überflug. Hier begrenzt bei der Airbauer mit Mach 09, also im Unterschallbereich maximal 900 kmh. Aus Sicherheitsgründen normalerweise die zweieinhalbfache Schallgeschwindigkeit, also über 2500 kmh, wären möglich. Wir sehen ihn hier ruhig, der Schall kommt hinterher. Wir brauchen diese Überschallfähigkeit, um auch entfernte Luftfahrzeuge sehr rasch aus einem Alarmstart abfangen zu können. Das heißt, wir sind hier 365 Tage im Jahr auf Einsatzbereitschaft mit dem Eurofighter, der jederzeit alarmiert werden kann, im Verbund mit der passiven Luftumüberwachung, mit dem System Goldhaube, mit den Radarstationen, die also hier das Luftlagebild liefern und im Anlassfall einen Alarmstart generieren. Und der kann gesteuert werden. Der kann gesteuert werden aus einer Sitzbereitschaft, wo wir quasi im Flieger schon sitzen, das Flugzeug vorbereitet ist und in wenigen Minuten, circa drei Minuten in die Luft kommen, bis hin der unerwartete Alarmstart, wo die Piloten vorbereitet sind, im Verbund mit der Technik, das Flugzeug durchgecheckt haben, dann dauert es maximal neun Minuten, also ohne Vorwarnung de facto. Und hier ist es dann sehr nett, wenn man so sehr hohe Geschwindigkeiten erreichen kann, um eben diese West-Ost-Nord- oder Südgrenzen zu erreichen. Ja, es schaut ja schon relativ schnell aus, man muss ja dann kaum davon ausgehen, dass er bei diesem schnellen Überflug, wenn er die volle Leistung bringt, noch einmal zwei halt mal so schnell ist wie jetzt. Ja, da ist er dann wirklich sehr schnell in der Luft. Ich vergleiche das immer für den Piloten, ist es nicht sehr spektakulär, die zweieinhalte Schallgeschwindigkeit, weil wir das meist in 10, 15 Kilometer Höhe erreichen, weil hier keine Referenzen sind. Ich sage immer, es ist der Unterschied, ob ich jetzt im Ortsgebiet 50 kmh fahre oder auf der Autobahn 130. Auf der Autobahn 130 sind auch nicht spektakulär. Im Ortsgebiet wären sie doch sehr interessant, weil wir andere Eindrücke haben. Wir sind früher auf Tiefflug geflogen, bis 40 Meter über Grund. Beim Hubschrauber geht es noch viel tiefer und da sind die Geschwindigkeiten dann sehr beeindruckend. Okay. Ja, das sind jetzt die letzten Manöver unseres Aurofighter, der hier eindrucksvoll demonstriert hat, diese Leistungsfähigkeit für Österreich, um hier die Souveränität, die Neutralität Österreichs hier zu schützen. Leider, wir brauchen gar nicht weit von Österreich weg sind, ein trauriger Anlass. Ja, aber wir sind da, wenn etwas passiert, um hier dementsprechend eingreifen zu können und brauchen auch dementsprechendes Gerät. Und somit hoffen wir auch, dass wir auch dementsprechend unterstützt werden. Dankeschön. Meine Damen und Herren, ich hoffe, wir haben einen Eindruck vermitteln können, einen dynamischen Eindruck, dass das ein Flugzeug und kein Stehzeug ist. Und ich bitte Sie jetzt, die Plätze einzunehmen. Wir fahren fort mit der Pressekonferenz. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst ein Like oder abonniert unseren Kanal. Danke.